So, willkommen zur ersten missglückten Aufnahme, ja dann mal zur zweiten missglückten Aufnahme, weil wir es einfach bloß drauf haben alles nicht zu können. So Leute, mal wieder aufs Neue mit dem Max, den Rest könnt ihr euch in der Folge angucken, die nicht hochladen wird, weil die gefällt. Ja, und dann müssen wir mal wieder zum Calibration Curse gehen. Was denn du? Weil sonst ist ja nicht alles da, was man so braucht beim Let's Play, ne? Und damit hier niemand benachteiligt wird und dann niemand unsere Let's Plays guckt, weil da das Intro nicht dabei ist, holen wir uns doch einfach mal das Intro. Ach, dieses Intro. Dieses wunderschöne Intro. Warum haben wir eigentlich immer bloß ein Auge? Geh, das Intro habe ich jetzt schon zum ungefähr siebten Mal gesehen. Zumindest oft. Das ist kein Intro, was man sich zehntausend Mal angucken kann. Yay. Wow. Komm, wir machen das mal ein bisschen schneller. Winke, winke. Mach, winke, winke. The upcoming tests require you to work together as a team to facilitate collaboration. Both of you have been equipped with a ping-tool. Blue, please use good, orange. Please observe your partner. Tch, du chicken, du. Orange, please use your ping-tool to select your favorite element from the periodic table. Oh, really? Okay. Blue, please observe your partner's interesting choice. Your ping-tool can also be used to indicate to your partner, where you would like them to place their portal. Wie ihr vielleicht sehen könnt, machen wir das jetzt ein wenig schneller als nötig. Wir sind irgendwie zu schnell für das, kann das sein? Ja. Mo, wir sollen das ja auch langsam machen. Aber, da wir das schon mal gespielt haben, machen wir es halt nicht langsam. Orange now has a portal device, but each device can create two self-contained portals. Please test your device by portaling to that ledge. Das würde übrigens kein Walkthrough, ne? Nur, falls es jemanden interessiert. Dankeschön. Sehr liebensgewürzig von Sie. Fein Ding. Aber machst du mir auf die zweite Tür auf? Ach so, ja. Du willst ja auch noch eine. War das so schwer? Ja. Alles so. Ganz schnell, schnell. Naja. Du hast ihn falsch draufgelegt. Wieso? Weil der nicht draufliegt. Warum ist es gleich so? War das denn so schwierig? Ja. Gib mir den Würfel. Nein, gib mir den Würfel. Ja, jetzt kannst du ihn ja nicht selber drauflegen. Nö. Jetzt wäre es ja nicht Teamarbeit. Was willst du von mir? Ach so. Nein, nicht nochmal. Das hättest du wohl gerne gehabt. Konfetti. Das sind die ersten Roboter, die die Kalib... Kalib... Ist doch egal. Kalibrierung geschafft haben. Okay. Funktioniert immer noch nicht. Ach, schade. Warum geht das nicht? Kann man hier nicht mal eine Geschlechtsumwandlung in Porten durchführen lassen? Ist ja zumindest lustig, wenn die dann dich zu einem anderen Roboter umbauen würden. Und zumindest die Farben tauschen würden. Ich finde, der Orange sieht schon irgendwie ein bisschen schwul aus. Da war doch meine Idee ganz in Ordnung. Stenn mal an, wir werden direkt so eintrennen. Ja. Dann wähl ich mal die Kammer Nummer 1 aus. Hier funktioniert es anscheinend auch nicht. Sehr langweilig. Überall bauen sie Easter Eggs rein, bloß hier nicht. Ja. Aber stimmt, das wäre ja zu offensichtlich. Bestimmt gibt es da ein Easter Egg, wenn man sich da jedes Mal falsch rum rein stellt. Ich kenne ein Easter Egg hier im Portal 2. Das ist ganz einfach, drück mal Alter 4. Hätt dir eigentlich zugetraut, dass du das noch machst? Ja, geh durch. Ach nee, also, ja, okay. Du musst durch. Du willst vielleicht draußen erstmal in ein Portal setzen sollen. Jetzt komm, bei mir. Bei Fuß. Höhö. 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 Also bitte, ich bitte dich, wir wollen hier bei unserem normalen... Höhö. 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 Das wäre ja zu viel verlangt für dich. So viel Intelligenz auf einmal. So, jetzt muss einer wieder raus. Bin ich. Bin ich wieder Außenseiter. So. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Nö. Höhö. Ich ja. Du musst durch. Kommen sie durch. Ja. Bin ich. Nein, du bist immer auf der anderen Seite. Ja. So ist gut. Intelligent. Und wo bin ich jetzt? Auf einen anderen Button. Hätt ich jetzt auch gesagt. So, und jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Hinter dir. Ach da. Das erklärt natürlich einiges. Entschuldigen Sie mich für diese Unannehmlichkeit. Äh, ja. Du bist ein Nazi. Da. Stopp. Raus. Machst du das immer so mit deinen Freunden? Ja. Hallo? Raus. Interessant, wie du aufgebaut worden bist. Tja. Tja. Obwohl du wahrscheinlich nicht wissen möchtest, wie ich von innen aussehe. Nee, nicht so wirklich. Ich will doch mal treffen hier. Mach doch mal. Da, geh da hinten durch das Portal. Ach du. Da, jetzt mach ich auf. Du gehst durch. Total toll, nicht wahr? So jetzt. Da. Ja genau. Jetzt willst du mich durchgehen. So. So, genau. Oh. Dieser Test ist sehr lustig. Nein, wir müssen beide gleichzeitig und dann runterspringen und das machen. Folgendes. Du machst hier und dort ein Portal. Da, wo ich gerade schon gemacht habe, wo ich gerade da oben schon nicht gestanden habe. Und dort. Dort. Wo läuft es denn hin? Hier. Und das andere da oben. Besserwisser. So, und dann hier und so. Jetzt durch. Ich hab schon den Knopf gedrückt. Ich geh schon mal hoch und drück den nächsten. Ich übernehme natürlich immer die ganze Arbeit. Ich hab keinen Polizist geraucht, Herr Marihuana. Ich will mich nicht töten. Und dich auch nicht. Ich will hier keinen verletzen. Hilfe. Ich will nicht sterben. Ich mach hier Laser so. Durch Portal durch. Nicht durch mich. Portal. Hast du was? Verwechselt zwischen Portal und Max. Das sind zwei völlig unterschiedliche Worte. Oh oh. Und jetzt musst du dein zweites Portal dort zusetzen. Ouch, ouch. Ich muss dieses Ding da treffen. So, du musst dein zweites Portal jetzt da weitersetzen. Also da und auf der anderen Seite. Ich sehe, du hast noch nicht so oft Portal gespielt. Erst einmal. Ach, die lieben Türmchen. Das ist doch wieder was. Ihr seht mich nicht. Oh Gott, ihr seht mich. Wie krieg ich die Tod? Auch ja. Stell dich da mal auf den Button drauf. Ja. Ich sehe, du hast noch nicht so oft. 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 Ich sehe, du hast noch nicht so oft.